so so jetzt bin mal gespannt wenn der gris noch kommt dann könnte man irgendwann noch mal den multiplayer starten du bist eindeutig was nicht nicht schlecht so keine ahnung wenn du so lang spielst du bist auf jeden fall besser als ich also mindestens ich bin so froh wenn ich mal zwei minuten nicht stirbt in sieben stunden ganz ich bin ja nicht auf der flucht geht es ganz geht geht es geht es geht es geht es geht es hier ganz gemächlich an das muss man den scheißkasten hier weg machen er hat gesagt wir haben minecraft in sieben bis acht stunden gespielt ok also ein bisschen besser sehen wir ja ab jetzt mal minimal aber ich sag ja ich bin ja nicht auf der flucht wir haben Zeit ähm 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 äh ähm Was gehen denn das? Ich frage, ähm, Dinge. Ja, boe, was? Was für ein Ding? Hotkey. Was ist das? Weißt du, was ein Hotkey ist? Keine Ahnung. Unten hast du ja neun Felder, gell? Ja. Und wenn du die verschiedenen Zahlen drückst, dann kannst du zum Beispiel Felder wechseln. Und wenn du etwas machst, kannst du zum Beispiel auf ein Item gehen, eins drücken, dann hast du es in den ersten Slot drin. Ach so, ja, das weiß ich schon. Warte ich nicht mal. Was ist das? Aber ist schön nicht rein. Weißt du, was von der Herausforderung wäre? So lang alles abbauen, bis nichts mehr steht. Äh, das geht nicht. Ja eben, das weiß ich schon. Das geht schon, das geht schon. Aber dafür bräuchtest du eins, zwei Jahre. Ja, wer doch mal... Weil die Welt ist eine Milliarde Blöcke groß. Mal eine Milliarde Blöcke. Ja, wer doch mal ne Idee. 100 Millionen mal 100 Millionen gekostet. Ne? Sag doch, wer doch mal ne Herausforderung. Ich bin mal aufgewiegen der Zicke, die macht hier Terror der ersten Extraklasse. Oh, das ist halt mal so richtig gut drauf. Boah, du leckst gerade sehr. Kann gar nicht sein, dass ich... Kann gar nicht sein, dass ich leck. Du hängst gerade übelst. Dann machst du das selbe. Wo häng ich? Boah, du bist richtig geroffert habe bei mir. Ne, Internet ist gut bei mir. Jetzt geht's wieder. Ne, das Internet ist die ganze Zeit bei mir gepasst, also... Ich hab auch geguckt, ob da irgendwas ist. Ah, okay. Ist... Sie hat geläftet oder sie ist getimeoutet? Die ist rausgegangen, weil ihre... Tochter ein bisschen Stress macht gerade. Ah, okay. Hat sie auch ins Stream geschrieben gehabt. Ah, okay. Also nichts, was wir nicht schon kennen würden. Wenn der Chris kommt, würde er mal Multiplayer spielen oder was? Äh... Äh... Welche Version willst du spielen? Boah, ich hab keine Ahnung. Du, ich kenn mich nicht aus. Der... 1.8.8 wäre cool. Der... Der wird dann... Wir haben mir dann schon sagen, was man... Was ihm davor schwebt. Weil... 1.8.8 kenne ich am besten aus. Also ich kenne mich keiner aus. Also dauer gesehen. Ja, ich hab's wirklich keine Ahnung. Weil... Bei 1.8.8 habe ich ne spezielle Mod. Äh... Wo ich... Koordinat oben sehe. Und in welchem Team ich bin. Und da fliegen die Items. Ich... Ach. Ich glaube, ich bin wieder mal aus dem Spiel geflogen. Oh, nice. Ja. Hast du schon mal eben mehr Spieler gespielt? Ne. Gruselstein hat er sich genannt hier. Ne. Ah, warte kurz. Hört sich ein bisschen komisch an, gell? So. Aha. Team Extreme. Aha. Ah, nein, nein, nix, 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 nix. Ich hab bloß im... Mehrspieler gerade mal geguckt. Neugierig geguckt. Hast du als schon Server? Ne. Echt? Ne, aber da wurde was angezeigt, also. Wurden dort angezeigt. Irgendwas mit Extrem. So, jetzt zeigt er wahrscheinlich... Ja, jetzt zeigt er wieder nur Rotz an im Stream. Ah, stellen wir uns mal schnell da rein. So. Entschuldigung, mit meiner Axt könnte ich... ganzen... Also mit ein paar Axt von mir könnte ich den ganzen Wald absehen. Okay. Also wenn ich die Axt öfters hätte, könnte ich den ganzen Wald absehen, weil da ist Effizienz 5 und Haltbarkeit 3 drauf. Hm. So, ähm... Achso, ja, zum Bett wollte ich. Also zumindest, es heißt mindestens ein gutes Spiel auf dem Server, wenn wir jetzt dann... Ja. Ja. Du, ich... Ich... Ich hab mit... Weder mit Chris noch mit... Mit Mino auf dem... Mal auf dem Server... Hier in Minecraft gespielt. Ich weiß nicht, wer... Wer gut ist, wer schlecht ist. Kann es auch schlecht, äh... Echt noch nie auf dem Server gespielt. Ja, wie denn, wenn ich heute Nacht erst das Spiel geholt habe. Oha. Scherzkeks. Also ich bin schon relativ gut. Aber ja, erst heute... Heute in der Früh um halb zwei oder so hab ich sie erst geholt. Jetzt hab ich Demo Version gespielt. Okay. Wie weh? Ich bin... Connection, du haste da einfach. Ah. Internet war, glaub ich, kurz weg. Okay. Hallo Schaf! Hallo Schaf! Tschüss Schaf! Spinnen, müsst ihr auch noch suchen, ne? Brauch hier... Was? Faden für... Bogen? Für den Bogen, ja. Bogen kann ich ziemlich gut umgehen. So. Also das muss, äh... bleiben... Ein Kreuz? Hätt' ich jetzt fast genug. Weißt warum? Ah. Ah! Ah! Verdammt, Aua! Was ist alles denn passiert? Ah, runtergefallen. Ah. Der nicht. Ich sollte dann mal anfangen, ein Haus zu unterreden. Was ist denn ein Haus? Was ist denn ein Haus? Ein Haus oder ein unterirdischer Wies. Hm. Was ist das? Ach so genau, ich brauche noch... Ähm... So, jetzt... Wenn ich nochmal irgendwo runter springen sollte, dann bin ich im Eimer. Sollte ich vielleicht mal was essen. Ich werde gleich so hart rosten. Denkt schon wieder. Hm. Ähm... Wo? In Minecraft? Ah. Was? Ich? 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 Mal das? So! Dann haben wir Schaufeln, können wir weiterschaufeln. Und wieder rausgeflogen. Ich glaube, dein Internet mag dich momentan nicht. So, Info, ein ganz großer schwarzer Mann mit ganz langen Beinen und Armen greifst du lieber nicht an und schaust ihn auch nicht in die Augen, der teleportiert sich und wenn er dich angreift, musst du ins Wasser gehen, der ist wasserschön. Okay. Aber, da wo Licht ist, kommt er ja nicht hin, oder? Hm? Wie ist denn das mit dem Licht, was stell dir hier Lampen auf, damit da nix bohnen und... Doch, da kann er auch hin, da kann er auch hin. Kann sich hier hinterher televieren. Okay. So, aber dich. Der kann sich nur nicht, also wenn du jetzt einen zwei Blöcke hohen Gang oder sowas hast, dann kann er dich dort nicht angreifen, weil er es drei Blöcke gibt. Okay. Ja. Also er kann sich nicht zu... Also er kann sich nicht zu... So. Oh, ich hab ja vier Enden. Cool. Ich hab ja.. faure Al deals. Gut. Fuck, rock. Fuck. Shit. Fast. All seem. Mal. Yeah. We're만� Seems Live. ich habe ja in einem werkzeug verbraucht das ist brutal bitte was